Ich rette einen Schuh, ob du das vielleicht mal aufnimmst? Ich bin schon dabei. Ich meine, es gibt Obdachlose, die brauchen auch nasse Leutschen, die trocknen ja irgendwann. Ich kann bloß nicht näher, sonst logisch voll. Und der kommt von alleine getrieben. Er kommt, er kommt. Der eine ist schon oben, auf dem Dach, zum Trocknen. Und ich rette jetzt den zweiten.